Max Kruse hat es wieder einmal geschafft nach einem Werder-Spiel, da sprechen alle über ihn. Allerdings war er diesmal beim 1 zu 1 gegen Hoffenheim gar nicht so auffällig auf dem Platz. Er hat ja nach dem Spiel für Aufsehen gesorgt. Da hat er ein Interview gegeben bei der ARD und ganz klar Verstärkung in der Winterpause gefordert. Gerade in der zweiten Reihe sei die Qualität nicht ausreichend, sagte Max Kruse da. Und das ist sehr bemerkenswert, denn vor ihm haben sich die Werder-Spieler, die dazu befragt wurden, doch immer sehr vorsichtig geäußert bei dem Thema. Er ist jetzt der Erste, der ganz klar Stellung bezieht, der ganz klar sagt, wir brauchen noch Verstärkung. Da stellt sich die Frage, darf er das? Ich meine, natürlich darf er das. Er ist ein Führungsspieler. Er ist zwar nicht der Kapitän, aber er ist der Mannschaftsrat. Er ist auch sozusagen der Star der Mannschaft. An ihm hängt vieles im Offensivspiel. Deswegen darf sich natürlich Max Kruse so äußern und ich finde es auch gut, dass er das tut. Dass er Stellung bezieht, das zeigt, dass er Interesse daran hat, dass es bei Werder vorangeht, dass es ihm auch wichtig ist, dass die Mannschaft den Klassenerhalt schafft. Und deswegen möchte er eben auch, dass die Mannschaft sich noch verstärkt. Und das hat er jetzt klar zum Ausdruck gebracht. Das ist sein gutes Recht. Frank Baumann hat auch Verständnis dafür gezeigt. Der Sportchef hat gesagt, Max Kruse kann sowas sagen. Das ist nicht schlimm. Und das ist auch genau der richtige Weg. Der Verein sollte sich da jetzt nicht mit Max Kruse anlegen. Sollte ihm den Maulkorb verpassen oder irgendwelche Strafen verhängen. Das wäre, glaube ich, auch kontraproduktiv. Denn dafür ist er einfach zu wichtig für die Mannschaft. Werder braucht ihn ja. Und das ist also genau der richtige Weg, den Verein und auch der Spieler da gehen. Er hat klar seine Meinung gesagt. Der Verein nimmt das so hin. Ob es nun wirklich Verstärkung gibt in der Winterpause oder nicht, ob Kruses Forderungen erfüllt wird, das wissen wir aktuell nicht. Das müssen wir abwarten. Das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen.